Ja, also, ich will die Politik aus dem Fußball gerne draus sagen. Also, die Politik müssen Sie ja zunächst mal definieren. Ich weiß nicht, wie Sie das definieren. Politik als solches ist für mich immer die Gemeinschaftsgestaltung unseres Lebens. Wir wissen Trennung, Privates und den Staat. Alles das ist in unserer Gemeinschaftsgestaltung miteinander verbunden. Der Staat hat aufgehauen, er zeigt sich durch die drei Staatsgewerden, die wir haben. Und dann gibt es Verbände, zum Beispiel Leute, Einzelnen, der in unserer Verfassung eine bestimmte Rolle hat. Und die Vereine und Verbände haben auch in unserer Verfassung bestimmte Rechte gegenüber dem Staat, die man im Allgemeinen als Verbands- oder Vereinsordnung bezeichnet. Das heißt, sie sind mitten in unserem Gemeinschaftsleben drin und sind dann mitten in der Politik. Sie sind nicht in der Parteipolitik, sie sind mitten in der Politik. Und die Beispiele, die Sie mir zeigen, die lassen mich Erinnerungen hochkommen lassen an die Zeit vor 1945. Und da muss man ganz klar sagen, da hätte ich mir gewünscht, bei allem, was der Fußball damals auch als mächtiger Mann schon war, wenn man politischer gewesen wäre. Politischer im wertorientierter Unsinn. Man hat sich damals sehr schnell der Oblichkeit auch zugeordnet. Die Fußballer, das zeigen ja, die entsprechenden Untersuchungen waren zwar keine Vorläufer des Nationalsozialismus, aber sie waren auch keine Widerstandskämpfer. Sie haben funktioniert, wie Funktionäre funktionieren. Das heißt, sie haben ihre Arbeit gemacht, sie haben ihre satzungsmäßigen Ziele umgesetzt. Das tun wir auch heute noch. Aber ich bin der Auffassung, dass in der besten Staatsordnung, die es nun mal gibt, dass sich die demokratische Ordnung mit den Grundrechten für die Menschen ausgestattet und mit dem Rechtsstaatsprinzip, ein so starker Verband, in dem selbst Millionen Mitglieder organisiert sind, ein Stück politisch sein muss, wenn es darum geht, diese demokratische Ordnung mit ihren Werten zu verteidigen. Und klar und deutlich zu sagen, wenn dort wie jetzt zum Beispiel in Leipzig irgendwo in Dresden irgendwelche Chaoten mit Nazi-Fahnen durch die Gegend ziehen, das kann nicht Sache des Fußballs sein. Wenn dort Fußballer mitlaufen, dann gehören die jetzt zu uns. Das muss ich ganz deutlich sagen. Wir können in unserem demokratischen Spektrum, kann jeder machen, was er will. Aber wenn man aus dem, was über unser Land hereingebrochen ist in dieser Zeit von 1933 bis 1945, nicht die richtigen Lehren herauszieht, dann muss auch ein Fußball politisch sein. Und wir haben, da muss ich immer wieder dran erinnern, ein ganz besonderes Zeichen hier gerade in Nordrhein-Westfalen, wie ein Fußball politisch reagieren kann, durch Elidius Braun damals erlebt, als diese schreckliche ausländerfeindliche Attentat im Soli war. Ich komme immer wieder drauf zurück. Da war es der damalige DFB-Präsident, der gesagt hat, ja, jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, die über Weckung und nicht äußern, oder zeigen, wer die Fußballverantwortung trägt, kann so etwas nicht akzeptieren. Und er hat ein Spiel in Augsburg zustande gebracht, wie jetzt dieses Telefit-Team mehr auf sozialen Gründen, das damals zwischen einer Ausländer-Auswahl, vielleicht kommen Sie sich bei der Freien, das ist bei der Ausländer-Inströmung, und halt im anderen, zwischen der deutschen Nationalmannschaft und einer Ausländer-Auswahl in Augsburg gespielt wurden, um zu zeigen, um ganz deutlich sichtbar zu machen, diese Menschen sind unsere Freunde. Und wir können es nicht zunlassen, wenn da irgendwelche radikale, dann häusartezwingende Menschen vertreten. Das kann man nicht sagen. Also, insofern ist klar zu sagen, der Fußball ist demokratisch, in dem Spektrum unserer Gesellschaft, mit EI, durch unsere Verfassung, ausgegebenen Rechten angesiedelt. Er muss mit allen Demokraten zusammen dann, wenn es in dieser Demokratie an den Rändern auszufranzen gilt, deutlich flach sein. Und das ist ein politischer Auftrag, den wir haben. Ein Stück die Werte unseres Grundgesetzes aus der Erfahrung einer wirklich zum Teil, wenn nicht wirklich erforderlichen Vergangenheit heraus, ein Stück zu verteilen. Deshalb, ich will den Fußball nicht aus der Politik heraus haben, ich will ihn drin haben. Was aber nicht heißt, dass wir parteipolitisch die Dinge gestalten. Wir zwei sitzen nebeneinander hier in unterschiedlichen Parteien organisieren. Das gehört zu unserem Stasis-Code, wenn wir uns anfällen, diese Demokratie nicht. Aber wir müssen dort, wo wir Fußball Interessen vertreten, auch im Interesse des Verbandes zusammenarbeiten. Wir müssen ganz eng zusammenarbeiten, wenn es darum geht, an den Rändern Entwicklungen abzuwerden, die uns nur betrachten können. Also, ich kann ja nicht kommentieren, dass wir jetzt verstehen, was der Herr Vorfeld als Bundesminister in Baden-Württemberg gemacht hat. Ich kann nur sagen, ich stehe in dieser Linie, ich bin 45 geboren, mein Vater ist einen Monat vor meiner Geburt gefallert. Ich hasse diese Nazis. Ich sage, das sind alle Leutigkeiten. Ich bin 100% sicher, dass in unserem Verband die Führungsebene ganz ähnlich oder genauso wie ich. Das ist überhaupt keine Frage. Natürlich weiß ich auch, dass bei 6 Millionen Mitgliedern da ein völlig unterschiedliches Gedankenbuch vorhanden sein kann. Das verpflichtet uns aber, dass es notwendig, Flagge zu zeigen innerhalb des Verbandes, dann in unserem Sport, kann das ja auch passieren. Seht ihr das, was er vorhin von den Italiener, das kann ja bei uns auch passieren. Dann muss die Reaktion klar und unmissverständlich sein. Solches Gedankenbuch hat den Fensernweinen keinen Platz. Und wenn es außerhalb des Fußballs passiert, dann müssen wir uns auch dazu positionieren dürfen. Dann müssen wir mit den demokratischen Parteien klar und deutschlich sagen, wir bauen auf einem Wertesystem auf, das diese Dinge nicht zulassen kann. Und ich stehe da nicht allein, machen Sie sich keine Sorgen. Sonst wäre ich nicht Chef für eine Präsidentin des DFB geworden. Das steht für mich außer Frage. Wir haben gerade in unseren Verbänden, ich denke, hier in Westfalen, haben wir immer wieder gesehen, wie deutlich sich auch dort die Führungspersönlichkeiten, die in den Vereinen mal so etwas passieren konnte, sich positioniert haben und auch klar waren, dass wir das nicht wollen. Ich beschreibe keine heile Welt. Der Fußball ist so gut und so schlecht wie die Gesellschaft insgesamt. Er bemüht sich, durch besondere Leistungen in der Integration und darüber hinaus vorbildliche zu leisten. Aber er ist natürlich keine Ansammlung von Einigen. Das haben wir nicht. Weiß Gott nicht. Aber wir müssen Flagge zeigen, wir müssen einreden für diese demokratische Kultur, die wir uns nach 1945 aufgebaut haben. Das denke ich, werden wir zumindest, soweit ich das verantworten kann, immer beibehalten. Ich weiß, dass ich da viele, viele Wünsche weiter habe.